Boah, ich muss mir mal wieder neue so Copyright-Music suchen, ey. Gibt es nicht irgendwelche GEMA-Streams oder sowas? Keine Ahnung. Doch, es gibt wohl anscheinend so ein Radio-GEMA oder was auch immer, wie das heißt. Ich glaube, du musst mal googeln, ob die Wüste, Welle in Tübingen, ich glaube, die macht auch GEMA-frei im Umfeld, wenn ich es richtig weiß. Wüste, Welle in Tübingen? Ja, im schlimmsten Fall-Sitz würde ich sagen, Kevin McCloud. Das bin ich mir nicht ganz sicher, Kevin, aber ich glaube, die man auch GEMA-frei. Ja, da muss ich mal schauen. Aber ich glaube, das ist nicht so dein, also ich schau nicht mal, ob es man hier ist. Du hast, es gab doch mal so einen GEMA-free... Wie hieß der? Ich meine, der hieß Kevin McCloud, der GEMA-free-Dings. Ich glaube, 30% von der Musik, die ich jetzt gerade höre, ist auch so Dubstep-Zeugs. Ist auch nicht so meins. Mein paar Lieder sind echt gut, aber... Problem ist halt bei GEMA-freier Musik, dass, na, da gibt es nicht so ganz viel Elektro, was wir schauen. Notfalls sind Meme-Songs... Songs. So, hoffentlich will ich den Gewinnestil im Gegensatz. Das ist ja mal so ein Fifty-Fifty-Ding. Da geht's ja mal los, oder? Der Fiss fehlt noch. Und Nami. Und Nami. Nami ist bei mir fertig. Bei mir ist Nami bei 50%. Plus, mein Laptop ist eine Kartoffel, also. Apropos Laptop, Hayy, wir können das echt zummern, dass, wenn ich am Freitag zu meinen Eltern gehe, das Laptop mitnehme. Wobei, bringe ich. Ja, dann bringe ich, weil ich muss noch ins Lame Lab für das Klassentreffen, das Ding reservieren. Ich habe das voll vertreten. Und dann kannst du mir einfach die Woche danach, wenn wir da bei Alex oder bei Kevin sind, wegen Geburtstag, dann wieder mitbringen. Ja, das ist ja perfekt. Würde ja ideal passen, weil ich brauch das eigentlich, also ich hoffe mal in der Woche nicht. Ich hätte es halt nur kaum wieder in einem Stückchen. Echt? Jeder wahrscheinlich jeden noch ein paar Stück? Ja. Ja, ich habe hier Rage erstmal und knall den Laptop vor den Kallen auf den Tisch. Weißt du, halt unsere paar Kollegen und es machen das öfters, genau so knapp ein, zweimal im Jahr. Ja, weil ich gerade, die machen es halt von Freitag bis Sonntag. Ja. Wenn wir Freitag morgens annehmen, die Freitag schon frei und so. Ja, geil. Die halt wahrscheinlich mit meinem anderen Kumpel, die nur Samstags morgens bis, keine Ahnung, ein paar Stunden halt. Was mitzocken. Keine Ahnung dabei. Ich hoffe, das Gift killt ihr nicht. Ich glaube, das ist kein Problem. Gott, das war ein bisschen zu wenig. Machen wir es halt einfach so. Ach, ich habe eine Irelia. Ich denke immer, das ist Kaiser. Oh, ich bin zu stark ausgepuscht. Hast du die Kraft? Naja, hast recht, wer hat's verkackt. Wow, wie nice. War's ja gar kein Schaden im Gegensatz zu der. Ich war gestunt, das war dir schon bewusst, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir waren vor zwei, das waren scheiße. War nicht ganz damit gerechnet, dass wir komplett reingehen, aber... Äh, was soll ich denn sonst machen? Ja, aber ich war halt gestunt, was soll ich denn machen? Ich bin Reona, ich geh rein oder ich geh rum. Hast du Fleisch, Hansi? Es gibt die Notizen. Schade. Oh, ich glaub ich krieg den noch. Aber der hat da auch... Okay, nein, wer mein, ich krieg den nicht. Der ist schon top gelaufen. Achtung, mein Dingle kommt zu euch runter. Wie auch immer. Äh, Eurelia. In der Mitte. Also nichts war ich noch rot, ich mein Mitte. Sorry. Ich glaub den kann eher um zu gucken, ob der Ajax das Nose lebt. Ich wollte nicht mein Fleisch dafür wasten. So was ich eh nicht bekommen würde. Wie sie. Piss dich aus meiner Leine, du Wichser. Oh schade. Ajax, hast du eigentlich beides rausgehauen grad, oder? Klar. Ja. Aber bringt der ja nichts. Die machen das hipzäglich ohnehin. Vielleicht warten bis Highly mal runterkommt. Ich weiß, ich kann es schlecht einschätzen. Ich spiele Twitch echt selten. Aber da kommt nicht viel Damage rüber irgendwie. Ich hab's geworfen. Also bist du auf das, dass ich noch dazu in der Luft war, aber... Von mir ist SS. Die fehlen bei uns. Machen die Trades oder was? Mh, glaub nicht. Bei mir fehlt in uns das auch. Aber ich glaub der ist ja back. Kann schon sein. Guck mal. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Ne. Geht nicht so aus. Okay. Okay. Die alle gleichzeitig weg geht dann. Ja. Nice. Kein Stress auf den Hands da. So, ich fang mit Schienen an. Ich schätze mal, dass ich jetzt gerade im Pod halfen Jungle war, weil da kam halt auch sechs da rein. Okay. Wow. Ich seh was womit Zett angefangen hat. Ein Drittel hab ich, yes. Eigentlich nicht. Zett ist missing. Boah, die hat schon ein großes Schwert, Marvin. Ne, die war auch schon einmal back. Das können wir auch kaum, wenn ich zurückgehe. Ja, deswegen hattest du es trotzdem. Mh, mh. Ich fang mit Marvin. Fanglo ist unten. Reicht's mir die auch schon für ein großes Schwert oder so? Jaja. Okay. Keine Ahnung, bei mir reicht's nicht. Kaufst du jetzt noch da das Schande? Ne, ne. Sicher. Ja. Okay, dann läuft Lalle 6 instant rein. Ich bin wirklich sehr, sehr greedy. Oh, fuck. Dem steh ich nicht. Ich hab mir jetzt nicht gesehen, niemand guckt mit Glein Gang. Aha, dem nicht. Scheiße. Scheiße, sorry. Sorry. Hat der was zu kurz? Das wird. Weih euch nicht. Doch, komm, push. M-SS. Gibt's echt ne, ist wieder da. Ja. Mein Drittel vielleicht noch Level 6. Ich hab die A-Schenkel mal rausgehauen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. N-M-Schenkel mal rausgehauen. Ich hab keine Ahnung. D-M-Schenkel mal rausgehauen. Komm schon weg, an sie. Nicht hinterher, aber ich mach keinen Schaden. M-M-Schenkel mal rausgehauen. M-Mmm. No, fuck. Nice. Hello. Alles cool, man. Oh, da ist schon mal was, ist okay. Hast du noch eine SS? Bekommen wir sie? Okay. Der Z wird sich jetzt freuen. Also Hajo in einem Bot-Control könnte wahrscheinlich noch mit einem nur einen killen. Oder mit dem Bot-Control. Jo, zweite Hälfte. Äh, zweitest Hälfte. Z ist... missing. Boah, Alter hat die eine Range. Mich auch wundersch, woher die ihre 08er Tech-Speed hat. Bestimmt über die Master-Lease. Und schon gar kein Item durch die. Bei mir ist SS. Kann gut sein, dass ich glaube die eine Flussrunde läuft. Okay. Okay. So, das ist... So, das ist missing. Wir sind schon Bot-Seption. Ich glaube, die Bot fehlt. Und... Haie. 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 Haie, gehst du drauf? Nein. Nein. Mann. Von hinten rein, unten. Du. Du. Z kommt. Z kommt. Z kommt runter. Z kommt. Lauft weg! Lauft weg, wenn's geht. Wir sind zu dritt. Ich glaub da macht einer nicht so viel. Hajo hinter dir. Hajo dritten. Over. Ich komm auch. Ich hab vielleicht die ganze... Der Teleport war nicht so geil. Oh fuck. Triple kill. GG. Enter. WTF. Ah super. Das wird ein spaßiges Game. Das wird ein spaßige Lane. Ich konnte ja bisher schon nicht mit ihr dealen. Ach Kevin, die fünf Kills. Übrigens Kevin. Haben Kenches Rufklingnisse. Hat richtig bitter. Mir fehlen halt schon zwei Kills. Ja, man hätte halt gleich weg sollen am besten. Oh. Oh. Es war halt wie blöd das dann wieder zu stehen irgendwie. Naja gut, aber der Set ist reingelaufen. Mh. 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 Ich bin auch echt Künstler in dem wir sagen. Puh. Also ich würde sagen, der Teleport war gut von der. Gut für die Gegner. Ja klar. Der Fug ist nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob die echt so damage gemacht haben. Ist kein Rätsel. Ich weiß nicht. Hä. Jetzt sind wir ja fast down. So, wo wollen wir rein? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Machst du da mehr Schaden, wenn du nicht weg bist oder? Ja. Echt? Habe ich mehr Attack Speed? Ja nice. Aber die hat ja noch mehr. Ja, die hat schon. 0,9. Ich hab 1,1. Komm schon, komm schon. Nein! Nein, 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 nein. Fuck. Schade. Okay. Jax ist in seinem Denner hier. Fertig. Ich will mir mal einen Spann. Warum sollte ich denn das Set eigentlich 1-Shop spielen? Hau den? Ja. Gut. Ja. Irgendwie schon. Aber ich war kurz am Damage von Twitch. Ich war selber überrascht, um ehrlich zu sein. Also wird das, dass auf Level 2 kein Schaden gemacht ist? Das ist jetzt ganz schön... Wir müssen nachher echt gut auf Marvin aufpassen. Ah, hier grad unten ist das direkt schräg. Ich lauf schon mal unsichtbar hin. Wir haben da ein guten Wort. Das macht den Arsch Marvin. Egal, aber mach trotzdem mehr Artic Speed. Der Satz ist missing. Ja, nice. Werden wir auf der Lehne oder kaufen und sowas? Ich kann auf der Lehne bleiben. Ich kann auch, aber ich hab 1,7. Ich 1. Naja. Wenn wir halt back gehen, ist der Tower fast weg. Mhm. Ja, willst du also sagen? Wir killen sie erst noch. Ja, wie lange brauchst du noch das Ulti? Ich weiß. Okay, ich brauch 18. Ich glaube halt, die killt uns aber beide. Achtung, die sieht dich dadurch gesehen. Ich bin den, ey. Ich hab das grad jetzt nicht gesehen. Warte mal, bis der Checks weg ist. Dann können wir gleich Aktionsfall nochmal machen. Er ist weg. Bei mir ist SS, Achtung Checks ist auch in der Mitte. Midlane, Midlane Checks. Die dürfen wir ja nicht sehen. Die dürfen wir ja nicht sehen. Oh, fuck. Ich kann da nicht rechnen. Naja. Ja, wie passen wir mit deinem Tor zu? Ja. Brauche ich jetzt auch nicht bei euch hingehen, glaube ich. Brauchen sie es oder somit. Das ist ja sorry, aber es geht raus. Ich hab nichts richtig gemacht. Ja, das sagt ja nichts. Ich sag nur, dass es sinnlos war für mich. Aber egal. Na ne, du hättest du den Out Attack nicht gemacht, hättest du Dabin gereicht. Da wär ich mir jetzt nicht so sicher. Ne, ne, Dabin, ne. Bin nicht. Die LDR ist los. Naja, aber bleib einfach weg. Weil die wollen dich gleich killen, wahrscheinlich zu zweit irgendwie. Wir sehen ja nichts, aber wir machen den Tor einfach noch, Alex. Ja, wir machen den Tor. Vielleicht geht er auch auf dich. Ja, der geht auch riesig auf mich. Eurelia ist wieder top. Teleport weg. Ja, ich geh weg, Alex. 1,8. Nicht schlecht, der Sub. So, mal gucken. Geht dir so aus. Der sitzt da gerade hin. Der stinkt gar nicht. Mal gucken. Alex, wenn ich wieder nicht unsichtbar bin, dann 1.8 der Tech-Speed, also ganz okay. Sonst 1.5 jetzt. Wie gesagt, das ist ein bisschen. Keine Ahnung, gell? Ja, hab ich still einen Tower. Die Taktik läuft ja. Vielleicht nochmal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich hab Ulti schon wieder. Ich hab auch. Oh. Das ist eine... Irgendwie vier hier unten. Warum sind vier hier unten, Leute? Ey, ich hab's die ganze Zeit gesagt in Tendenz. Ja, die Tower unten ist weg. Ich hab' den drauf steinig halten, glaube ich. Ich hab' den zweiten. Hab' wir gut gemacht, Babbel. Vor allem, wir sind halt echt reingelangt, mal hier ein Board noch reingefetzt. Also den zweiten könnte ich versuchen zu halten. Ja, und der zweite wäre gar nicht schlecht. Und der zweite wäre nicht ganz so schlecht. Naja, oder auch nicht. Oder auch da. Oh fuck off, dieser Flash. Dieser Flash, ey. Ja. Lab dran, lab dran, lab dran, lab dran. Hey, kannst du noch was machen? Den Set vielleicht? Ja. Ja, ich komm gleich hin. Oh, das war's. Okay, die Irelia Tower, da ist mich jetzt. Puh. Puh. Die Tower unten staunt. Puh. 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 Ich kann noch bisschen pushen. Ich seh halt mal. Da ist ein Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bei mir ist es dauerhaft. Erst Tower ist down. Wie viel, Maury? Wie viel, wie viel? Ich hab ready. Also erst in 8 Sekunden wieder unsichtbar, Mann. Aber ich brauch das unsichtbar. Nicht unbedingt, glaube ich. Wer braucht das? So, jetzt mein ich wieder unsichtbar. Du musst ja nicht gank, komm. Ich kann mich entfreiten. Du wirst gut. Machst du dir mal mal die Zeit rein? Der Bot passt mal ein bisschen auf. Ja. Da ist er ein bisschen. Er hat es ein bisschen. Er hat es ein bisschen. Da kannst du von der Guerilla nicht wegkriegen. Boah. Alter. Wenn ich die aufdeck mich nicht. Oh Mann. Das geht nicht auf den Keks. Kommst du Jaxxon? Tschüss. Nice. Und das ist Flash geworden von der Guerilla. Drake ist wieder ab. Ja, wird er gleich weg sein. Hm. Glaube ich nicht. Jetzt geht er weg. Guerilla macht Drache. Sollen wir hin eine Ex? Ja. Müssen wir auch. Aber der ist mit 25 Sekunden Ulti. Hm. Ne. Wir sind eh nur zu dritt. Also weg. Raus. 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 Ja, wir sind zu dritt. Trotzdem. Bringt ja nichts. 4 gegen 5. Hä? So. Ja. Ja anscheinend. Wollt ihr rein oder was? Eigentlich schon. Zufürt. Hier Raelia kommt von oben. Wer hat Geld, dann nimmst du mir ein paar Sekunden vorher. Sagt er, sie wenigstens noch einmal ein bisschen unsichtbar wird, um an Tech Speed zu kriegen. Oh oh. Dann nimmst den Geldchen. Der Freelance ist mit dem Freelance, mit dem Schopenzen. Raelia ist top und Jax zu uns im Jungle. Ja Jax macht einen Red Ruff. Ich komme. Ja, aber Raelia und Zed kommen auch, Achtung. Jetzt können wir eigentlich kämpfen, wir sind gerade alle. Was ist da jetzt passiert? Oh nein. Ich bin jetzt ein Verbrecht. Ja. Ich bin jetzt ein Verbrecht. Jetzt sind wir nicht die Stats der Drift. Echt? Nein, ich bin jetzt ein Verbrecht. Ich bin schon ganz aus. Ich bin schon noch ein Verbrecht. Wollt. Oh du die Ulti von Ash. Äh. War wie? Deswegen keine Minions. Wir machen ja jetzt 0 damage. Ich vertraue dir. Komm schon an, komm schon an, vor allem steht noch. Wie nicht. Ich habe sogar noch einen Camp bekommen. Der hat das geschafft. Wie ist das? Hast du eigentlich das Ding noch bekommen, Haya? Mach. Ah ne du bist der Chunker, oder? Ja. Ah, dann Fizz, hast du den... Schade. Schade. Ich habe Minion anstatt den angecupt, was mega demisch war. Zah, ich mich so schlecht aussahe Egal Das gibt's ja nicht Scheiße, Alter Egal Hab ich überhaupt nicht gerechnet Na, ich würd sagen, an Def man die Weile, ja? Puh, die fick ich auch auf Baron, Alter Ja, aber auch nicht mehr so gerechnet, die sind bestimmt hochgelaufen zu uns, um den Tau zu holen, dann haben sie gesehen, die sind alle weg Und haben, ähm, direkt beim gemacht Oh, Achtung, Mami Nein, 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 nein Ach, du bist behindert? 10-1 Irelia Die, die ist, der Champ ist gemacht, um Leute, ähm, um Squishies zu killen Oh, Midlane Die killt dich noch unterm Tower Oh, dann bleib ich mal weg Ja, lass mich mal auf Du mal in die Mitte, ich geh auf die Top Ja Mich kann sie wenigstens nicht killen Die kommt jetzt halt auch in die Mitte, also passt auch für Tower Dive Ich hab doch gesagt, die kommt runter Achso, hm, ja Die Acht hat gewacht, die ist nicht weggeflascht Ich stand dann perfekt Achso, die hättest du da oben Wieso sollte die da oben sein, die hat die Minions gepusht und dann ist sie in die Mitte gegangen Ja, ich hab' die geschäftigt stehen Wie denn? Wie denn? Wie soll ich jetzt ein Irelia beschäftigen? Wenn er auf dich, zwei kann ich mal, die ist ja tot Ich kann unterm Tower bleiben und gucke nicht zu sterben, aber die haut halt ab dann in der Zeit Nice Gehe Muss noch mal eins vor dir Na ja Na ja